Das war der Hammer! Und dann macht unser Fußball gut, unser Käpt'n das Tor! Dann macht er das Ding! Das ist unser Käpt'n! Das ist unser Käpt'n! Und so werden wir Europameister, du! Geiles Spiel, Deutschland! Mustafi ist einfach eine Legende. Kopfball-Tor, klasse! Weltniveau! Das war der absolute Hammer, also der 2-0. Das war so geil. Ich bin der Eigenschafts-Kaffee. Aber sowas war der absolute Hammer. Ich bin richtig glücklich. Ja, Boateng war der ausschlaggebende Punkt. Was der rauskollt hat, war brutal. Ukraine spielt in der ersten Halbzeit lange mit. In der zweiten Halbzeit sind wir souverän. Ich glaube, Unentschieden wäre auch nicht Grund verdient gewesen, also ganz ehrlich. Sie waren nicht schlecht. Ohne Boateng, ohne Neuer geht so ein Ding 3-1 aus für die Ukraine. Die zweite Halbzeit war okay, war gut. Ausbaufähig, aber 2-0. Höchster Sieg bis jetzt in der Vorrunde. Da ist er wieder der Weltmeister. Da ist er! Brauteиваем eine admission. Beispiel 1tr-2. Okay, wir lassen es ruhig gehört. Die Deutschen wenden doch. Die Deutschen wenden doch! Die Deutschen wenden doch! 투as coresges 我們 Vielen Dank.